Firas Al-Katib ist ein syrischer Fußballspieler. Er ist momentan bei Al-Katsche in der Kuwaitischen Premier League unter Vertrag. Karriere Al-Katib genießt wegen seiner vielen Tore in der arabischen Welt und vor allem in seinem Heimatland Syrien und den Golfstaaten hohes Ansehen. Al-Katib begann seine Profikarriere in der syrischen Premier League mit Al-Karama in der Saison 2000-2001. Am 6. Oktober 2000 im Alter von 17 Jahren schoss er sein erstes Tor in der syrischen Premier League im Spiel gegen Alf Jutowa, welches 1 zu 1 endete. Im August 2002 wechselte er in die kuwaitische Premier League zu Al-Nasr. In der folgenden Saison 2003 verpflichtete ihn der kuwaitische Spitzenklub Al-Arabi. Dort hatte er mit Abstand seine erfolgreichste Zeit und schoss innerhalb sechs Spielzeiten 133 Tore. In der Saison 2005 wurde er von dem katarschen Verein Al-Ali für ein halbes Jahr ausgeliehen. Am 24. August 2009 unterzeichnete er einen Vertrag beim kuwaitischen Verein Al-Katsche. In den ersten fünf Spielen der Saison für seinen Verein traf er fünfmal. Al-Katib ist seit 2001 Mitglied und aktueller Kapitän der syrischen Nationalmannschaft. Sein erstes Tor schoss er in der FIFA-Weltmeisterschaftsqualifikation 2002 im Alter von 17 Jahren gegen Laos. Momentan befindet sich Syrien auf Platz 1 der Qualifikation zum Asien Cup 2011 in Katar. Beim 3 zu 2 Sieg gegen den ersten Verfolger China traf Al-Katib zum zwischenzeitlichen 3 zu 0. Auch beim 2 zu 0 Sieg über den Libanon traf er zum 2 zu 0. Erfolge Drittbester Spieler Asiens 2009 bei der Wahl zu Asiens Fußballer des Jahres. Topscorer Kuwait Premier League 2004-2005 Topscorer Kuwait Imler Cup 2004-2005 Topscorer Kuwait Crown Prince Cup 2003-2004 Topscorer Kuwait Federation Cup 2008-2009 Mit seinen Vereinsmannschaften gewann er Kuwait Imler Cup 2004-2005 Topscorer Kuwait 2005-2006 Topscorer Kuwait 2007-2008 Kuwait Crown Prince Cup 2006-2007 Kuwait Super Cup 2007-2008 Kuwait Premier League Sieger 2009-2010 Kuwait Super Cup 2008-2008 Vielen Dank.